Wie kann der Ausbilder ein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit kündigen? So, wir haben hier jetzt drei Dinge, die wir wahrnehmen müssen. Naja, eigentlich vier. Also zunächst mal geht es um Kündigen. Das ist mal das allererste. Dann müssen wir uns klar machen, es geht aus Sicht des Ausbilders. Denn wir haben schon verstanden, der Ausbilder hat eine andere Kündigungssituation, wenn er kündigen will, als der Auszubildende. Für den Ausbilder ist es nach der Probezeit schwerer. Während der Probezeit für beide Seiten gleich, nach der Probezeit für den Ausbilder schwerer. Und wir sind hier, also es geht um ein Ausbildungsverhältnis. Da gelten besondere Rechtsvorschriften. Und wir sind nach der Probezeit. Das sind die Dinge, die wir wahrnehmen müssen. Und am besten, man kennt die Rechtsgrundlage, nämlich das BBIG, das Berufsbildungsgesetz. Und zwar den Paragraf 22 BBIG. Das ist die Rechtsgrundlage. Aber holen wir uns die wesentlichen Dinge aus dem Gesetz raus. Wir sind nach der Probezeit. Und nach der Probezeit kann der Ausbilder nur noch außerordentlich. Auch der Auszubildende kann außerordentlich, denn außerordentlich ist immer möglich. Aber der Ausbilder kann also mit anderen Worten nicht mehr ordentlich kündigen. Er braucht also einen wichtigen Grund nach der Probezeit. Ich kann es nicht oft genug betonen. Nach der Probezeit kann der Ausbilder nur noch außerordentlich kündigen. Er braucht dafür einen wichtigen Grund. Und selbst wenn er diesen wichtigen Grund hat, ist es schwer. Hier müssen vehemente, massive Verstöße. Dieser wichtige Grund hier. Wichtiger Grund. Der wichtige Grund, der dem Ausbilder eine Möglichkeit geben soll, das Ausbildungsverhältnis auch nach der Probezeit zu kündigen, muss massiv sein. Das kann nicht zweimal zu spät kommen sein. Das wird nicht funktionieren. Das muss etwas Massives sein. Und es muss wiederholt sein. Warum ist das so streng? Weil man sagt, das ist kein normales Arbeitsverhältnis, sondern der Ausbilder hat hier so eine Art Betreuungspflicht. Der ist in gewisser Weise ein bisschen Elternersatz. Und als Eltern verstößt man seine Kinder auch nicht sofort. Ja, also das schwingt hier so ein bisschen mit. Dieser wichtige Grund, der muss wirklich massiv sein. Sonst kommt der Ausbilder damit nicht durch. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie zu meinem Schnellernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Die Infoens NSA Die Infoens Vielen Dank.